Wie man sieht, wir haben gerade für unser neues Stück den Schwäder schon mal angefangen zu drehen. Ich seh' mich freiwillig so aus, ich bin nämlich auf mehreren Ebenen vergewaltigt, voll Sugoi. Wir wollen schon mal ankündigen, dass wir auf dem Anime-Marathon sind in Königs Luther am 16.5. am Sonntag. Auf der großen Bühne. Habt ihr auch ne kleine? Keine Ahnung. Auf der großen Bühne sind wir auf jeden Fall und dann könnt ihr kommen und unser KNW-Stück sehen. Genau, KNW. Nicht das. Keine Angst. Das kommt nächstes Jahr. Das kommt auf YouPorn. Das ist wirklich auch die Aufstellung von dem mega billigen Porno. Wir haben ja schon ne ganze Zeit rumgeschlafen. Also da kommt der Postbote und klopft, 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 klopft. Guten Tag. Dann regelt sich das Mädchen natürlich in der Uniform. Ah, ich hab grad kein Geld dabei. Nein. Und dann kommt der Entfüll aus der Ecke und drückt ein Gummibir. Ja, ich hab auch was Schlanges. Also es wird kein billiger Porno, aber es wirkt gerade sehr so. Wir haben hier auch irgendwo einen Lauch liegen. Wo ist der Lauch? Da ist der Lauch. Ich wurde heute schon sehr ernüttrigt. Und ich kann sagen, ich wurde mehr ernüttrigt als in einem Porno. Wir haben auf jeden Fall Spaß. Ja. Sie nicht, aber wir schon. Sie nicht, aber wir schon. Und alle sind sich irgendwie einig, dass ich eine sehr, sehr... Überzeugendes Fan-Girl. Ja. Ja, ich war sehr... Zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Anime Marathon 6.5. Königs Luther 1445 große Bühne. Ja. Kommt. Kommt und seht uns. Mit Kokonobasket. Kokonobasket. Nennen wir sie doch einfach eins.